Bis zu 162% in 12 Tagen kann laut der Aussage auf dem Kanal Crypto K mit der Strategie, die in diesem Video, die du gerade hier siehst, erwirtschaftet werden. Es ist eine Scalping-Strategie mit nur eigentlich einem Indikator und mit einem Hilfsindikator sehr einfach nachzutraden. Sehr klare Buy- und Sell-Signale, also Long- und Short-Signale, die hier man bekommt bei der Strategie und anscheinend einen sehr hohen Profit, den man damit erwirtschaften kann. Deswegen stelle ich diese Strategie dir ebenfalls vor. Ich finde super, dass solche Strategien hier öffentlich auf YouTube gezeigt werden. Deswegen werde ich aber nichtsdestotrotz das Ganze selbst nochmal anschauen, überprüfen, testen und dir auch ebenfalls im Detail vorstellen, inklusive der Ergebnisse zu dieser Strategie und im Gesamtvergleich mit allen anderen Strategien, die ich auf diesem Kanal getestet habe. Das alles in diesem Video, deswegen bleibt dran und herzlich willkommen auf dem Kanal. Eine anscheinend extrem profitable und einfache Trading-Strategie, die auf dem Kanal, wie gesagt, CryptoKey vorgestellt wurde. Letztens und deswegen möchte ich diese natürlich dir auch vorstellen, denn auf meinem Kanal geht es darum, dass du maximal profitabel wirst, Trading lernst, wenn du das noch nicht gelernt hast und wenn du das lernen willst. Oder wenn du gerade auf dem Weg bist, das Ganze zu lernen, dann möglichst schnell und möglichst profitabel mit dem Trading wirst. Und dafür ist dieser Kanal gedacht. Deswegen, wenn ich irgendwelche guten Strategien irgendwo auch finde, wenn es auch nicht meine eigenen sind, dann will ich diese ebenfalls hier auf dem Kanal vorstellen. Und dazu gehört anscheinend auch die Strategie von CryptoKey, die auf dem Kanal jetzt vorgestellt wurde letztens. Deswegen werde ich das Ganze hier ebenfalls gleich vorstellen. Dazu brauchst du eigentlich nur zwei Indikatoren. Den Trader XO Macro Trend Scanner und zur Hilfestellung nochmal die EMA, die 200er EMA. Okay, folgendermaßen stellst du das Ganze bei Trading View auf dem Chart ein. Hier gehst du einfach hier bei Indikatoren, tippst du einmal Trader XO ein und das ist der einzige, der hier dann auftaucht, der Trader XO Marco Trend Scanner von BTC Charlie, den einmal anklicken. Kannst du genau so belassen, dass es dann, da kommen hier diese zwei EMAs dazu und du siehst etwas schwach, weil ich natürlich, hätte ich da wahrscheinlich eine andere Hintergrundpfade für den Indikatoren nehmen sollen, für den Chart. Hier steht ganz schwach Bull und hier Beer, aber brauchst du es nicht. Du siehst im Pfeil, wenn der Pfeil nach oben steigt, dann ist es ein Long-Signal. Bei dieser Kerze, wenn du ein Pfeil hier nach unten siehst, dann ist es ein Signal für einen Short-Trade. Und das sind die Signale, auch wenn man die Beschriftung dazu nicht sieht, aber diese Pfeile sollten hier eindeutig zu erkennen sein. Deswegen sollte es ausreichen, um hier das Ganze auch vorstellen zu können. Grundsätzlich ganz einfach, also wenn du hier einen Pfeil nach unten über einer Kerze siehst, mache ich das etwas nochmal größer, damit das ganz klar ist, also hier dieser kleine Pfeil nach unten, dann ist das ein Short-Signal, also für einen Short-Trade. Den nimmst du aber nur, wenn du, und hier kommt diese EMA, die du hier diese blaue siehst, ins Spiel, wenn die Kerze unter der EMA ist. Ich habe vergessen, diese gerade auch hier auch hinzuzufügen, merke ich gerade. Also ebenfalls bei Indikatoren, weil die EMA, die ist fast bei jeder Strategie, die ich hier auf dem Kanal vorstelle, ist die meistens immer dabei. Wenn du jetzt mal auf dem Kanal bist, kannst du oben den Link anklicken. Dort kommst du zu allen meinen getesteten Trading-Strategien mit Veröffentlichung von allen Ergebnissen zu dieser Strategie nach 100 Tests. Und das alles findest du ebenfalls auf dem Kanal. Deswegen kannst du unter dem Link alles finden. Hier EMA einmal eingeben im Suchfeld und das ist der gleitende Durchschnitt exponentiell. Oder wenn du Tradingview noch auf Englisch hast, dann ist es der Exponential Moving Average, wird da hier stehen. Einmal anklicken, dann taucht er hier auf. Den musst du aber etwas abändern. Also hier aufs Zahnrad draufklicken und hier bei Länge, ich glaube standardmäßig steht er bei 9 oder so. Bin jetzt nicht mehr genau sicher. Aber einfach hier auf 200 abändern. Close und 0 bleiben, so wie sie sind. Und die 200 EMA erhältst du dadurch. Ich habe, glaube ich, dieses Ganze nochmal ein bisschen dicker gemacht. Also beim Stil kannst du hier draufklicken und hier die Stärke auswählen. Also etwas dicker machen. Davor weise ich, glaube ich, hier so etwas dünner, damit das Ganze besser zu erkennen ist. Grundsätzlich genau. Also sobald du ein Signal für einen Short siehst, dann und natürlich die Kerze zumindest unter der EMA schließt. Unter der 200 EMA. Also die kann auch im Grenzfall oben drüber anfangen. Aber wenn sie drunter schließt, dann hast du ein valides Signal. Beispielsweise das hier. Hier siehst du auch ein Short-Signal. Hier fängt die Kerze über der 200 EMA an. Aber die endet auch gerade so noch über der 200 EMA. Das ist kein valides Signal. Du siehst auch, das wäre auch ein Verlust-Trade gewesen, weil wir sind hier noch in einem Aufwärtstrend. Und dazu dient eben diese EMA, um zu zeigen, grob zu zeigen, ob wir gerade in einem Aufwärtstrend oder in einem Abwärtstrend sind. Deswegen war das hier ein Fehlsignal. Und das filtert diese EMA super nochmal aus. Deswegen, das geht noch, weil die Kerze hier drunter schließt. Und hier beim Schlusskurs der Kerze steigen wir dann ein. Knapp über dem letzten Hoch in dem Bereich haben wir dann unseren Stop-Loss und immer ein Chancen-Risiko-Verhältnis von 2 zu 1. Also gehen wir hier runter bis zur 2. Und dann haben wir einen profitablen Trade. So einfach geht das. Das nächste Signal schauen wir uns auch noch an. Hier siehst du auch ein Long-Signal. Dieses Pfeil nach oben unter der Kerze. Hier siehst du auch, das wäre auch ein Filt-Trade gewesen, weil wir grundsätzlich in einem Abwärtstrend sind. Und das zeigt uns hier nochmal die EMA, da wir unter der EMA uns befinden. Hier ist aber ein Short-Signal. Das nehmen wir hier wieder beim Schluss der Kerze. Knapp über dem letzten Hoch, also Swing High, haben wir dann unseren Stop-Loss und den Take-Profit haben wir sogar innerhalb der einen Kerze, wird das Ganze hier sofort ins Profit geholt und haben sofort einen profitablen Trade. Ich habe noch vergessen zu erwähnen, wir müssen das Ganze auf dem 5-Minuten-Chart machen, weil das ist genauso auf dem 5-Minuten-Chart mit der Strategie auf dem Kanal CryptoK vorgestellt wurde. Deswegen übernehmen wir das Ganze ebenfalls so und schauen uns das nächste Signal an. Das nächste Signal haben wir hier. Wieder ein Fehlsignal für einen Long-Trade. Wieder haben wir das gut abgefiltert, weil wir warten, weil wir Long-Signale nur, also Long-Einstiege nur nehmen, wenn wir über der EMA sind. Wenn wir drunter sind, nur Short-Signale. Deswegen ein Short-Signal haben wir hier, knapp über dem letzten Hoch haben wir unseren Stop-Loss und ein Risk-to-Reward von wieder 1 zu 2 und haben hier auch einen profitablen Trade. Einen machen wir noch, denn das nächste Short-Signal ist dann hier. Da haben wir ebenfalls hier über dem letzten Hoch unseren Stop-Loss und 1 zu 2 Chance-Risiko-Verhältnis und haben hier wieder einen profitablen Trade. Also du verstehst, wie das Ganze läuft. Für Long-Trades müssen wir natürlich über die EMA kommen, denn nur dann dürfen wir Long-Trade-Signale auch nutzen. Deswegen zeige ich auch gleich ein paar Long-Einstiege. So, hier kommen wir langsam wieder über unsere EMA. Hier haben wir ein Long-Signal, dürfen wir aber nicht nehmen. Wäre aber auch profitabel, wenn wir hier den Trade genommen hätten mit diesem Fall nach oben. 2 zu 1 Chance-Risiko-Verhältnis wäre ebenfalls ein profitabler Trade, weil wir hier langsam auf einen Aufwärtstrend übergehen. Und deswegen kommen wir auch über diese EMA. Aber den Trade müssen wir auslassen, wir müssen streng nach der Strategie handeln. Deswegen beim nächsten Long-Signal hier gehen wir in den Trade. Eine sehr große Kerze hier. Wir müssen hier am Schluss der Kerze ebenfalls dann den Einstieg nehmen. Knapp unter dem letzten Tief. Hier ist das relativ weit entfernt. Mal schauen, ob das auch noch aufgeht. Chance-Risiko-Verhältnis von 1 zu 2 haben wir hier auch. und schauen, ob das Ganze hier geklappt hätte mit diesem Trade. Und ja, wir haben hier ebenfalls einen profitablen Trade. Dann schauen wir weiter. Und hier siehst du ebenfalls wieder das nächste kleine Pfeilchen nach oben unter der Kerze. Steigen wir hier ein. Unter dem letzten Tief ist hier unser Stop-Loss. 2 zu 1 Chance-Risiko-Verhältnis. Und hier haben wir wieder einen profitablen Trade. Das nächste Beispiel ist dann hier. Ebenfalls ein Signal. Pfeil nach oben. Unter dem letzten Tief ist Stop-Loss. Und ein profitabler Trade. Dann haben wir das nächste Signal hier. Und du siehst, langsam geht das hier wieder in einen Abwärtstrend. Und auch ebenfalls unter die EMA. Das ist das letzte Signal, was wir hier noch bekommen. Unter dem letzten Tief. 2 zu 1 Chance-Risiko-Verhältnis. Reicht leider nicht ganz. Das hätten wir dann hier. Das wäre ein Verlust-Trade. Passiert auch ganz normal beim Trading. Also keine Strategie. Gibt ja eine 100%ige Gewinnrate. Deswegen ganz normal, wenn ab und zu auch Verlust-Trades auftauchen. Grundsätzlich sehr einfach hier zu traden. Ich werde das Ganze nichtsdestotrotz 100 Mal hintereinander für dich testen. Und dann schauen wir uns die Ergebnisse mit dir danach an. Viel Spaß beim Zuschauen. Das war's. Das war's. Das war's. Der Test ist durch. Ich habe wieder hier alle meine 100 Trades in die Tabelle hier eingetragen. Dann schauen wir uns mal die Resultate an. Machen wir das Ganze etwas größer. Also wir haben das Ganze auf dem Bitcoin-Chart getestet mit dem Chancen-Risiko-Verhältnis von 1 zu 2. Auf dem 5-Minuten-Chart, also auf der 5-Minuten-Zeiteinheit für 100 Trades habe ich 18 Tage Daten gebraucht. 30 von den 100 Trades waren profitabel, 60 haben im Verlust geschlossen. Deswegen haben wir eine Erfolgsrate von 30%. Maximal hintereinander konnte ich 3 Trades im Profit schließen. Und maximal hintereinander haben 12 Trades geschlossen in dieser Strategie. 2% pro Trade habe ich hier riskiert, wie bei allen meinen anderen Strategien. Und als Ergebnis haben wir minus 20% nach 100 Trades. Also ein eindeutiger Verlust. Kurz vorab, wenn du lernen willst, wie du direkt bei TradingView, also in der Analyse-Plattform, da wo alle guten Indikatoren auch auffindbar sind, direkt traden willst. Also nicht nur analysieren willst und dann auf eine andere Plattform, die du für das Trading benutzt, dann rüber steigst und dort dann erstmal den Einstiegskurs, deinen Stop-Loss, Take-Profit und so weiter erstmal rüber kopierst, die ganzen Zahlen eingibst. Das kostet dir alles Zeit, vor allem für das Scalping muss es viel schneller gehen. Und es gibt eine Möglichkeit, direkt in TradingView nicht nur zu analysieren, aber auch direkt die Trades zu öffnen und zu schließen, inklusive Stop-Loss und Take-Profit. Und dabei auch noch Gebühren zu sparen und auch noch Zeit zu sparen, weil du kannst viel schneller reagieren und verpasst keine Trades mehr, weil du direkt bei TradingView auch dann die Trades öffnen kannst, weil ich nur TradingView als Analyse-Plattform hier empfehlen könnte, weil natürlich die ganzen Indikatoren auch bei allen anderen Strategien, zu denen wir gleich kommen, wir vergleichen das Ganze natürlich mit allen anderen Strategien, die ich hier getestet habe, dort sind ebenfalls Indikatoren, die meistens nur bei TradingView auffindbar sind. Deswegen kann ich dir das Video oben nur empfehlen, was oben eingeblendet ist, um dir zu zeigen, wie du direkt auch bei TradingView traden kannst und viel schneller auf Trades reagierst und somit auch keine mehr verpasst. Ansonsten, ja, normalerweise sage ich ja irgendwelche Empfehlungen, wie man die Strategie noch verbessern kann, aber bei minus 20%, also die Equity Curve, die sieht auch jetzt nicht berauschend aus. Also das Ganze ist sofort ins Minus gekommen, wir waren nicht einmal im Plus. Sehr volatil, das Ganze, das ist der Verlauf während den 100 Trades. Ich würde jetzt nicht unbedingt diese Strategie noch versuchen, ins Profitable zu ziehen. Also es gibt Verbesserungsbedarf, aber man bekommt es nicht so hin, dass du wirklich happy mit der Strategie am Ende bist. Also wenn ihr das Ganze jetzt vergleicht mit allen anderen Strategien, ist die Strategie hier auf dem 45. Platz gelandet, zwischen allen meinen Strategien. Also bevor ich hier den Indikator erstmal hier versuche, irgendwie anders einzustellen, würde ich dir eher empfehlen, wenn du jetzt eine Scalping-Strategie auf dem 5-Minuten-Chart willst, genau, 5-Minuten-Zeiteinheit oder Chart, dann eher jetzt in den oberen Plätzen unter den Scalping-Strategien hier mal reinschauen und diese Strategie mal überprüfen. Es gibt hier sehr gute Strategien, die sehr gut funktionieren. Einen Link zu dieser Excel-Tabelle findest du ebenfalls unten in der Videobeschreibung. Ansonsten hoffe ich dir, dass das Ganze auch interessant für dich war. Wünsche dir einen schönen Tag und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.